hey ho und willkommen zu diesem video heute will ich zeigen wie du auf unseren jugend server kommst dafür gehst du einfach auf den linkedin werde zukommen lassen in diesem fall habe ich ihn schon da klick einfach mal rauf gehe auf weiter zu discord weil das weitergeleitet zu der anmeldung seite gebe ich hier meine e mail adresse und passwort ein um mich auf meinen account einzuloggen falls du persönlich noch kein account hast kannst du auf registrieren und klicken und ihren account anlegen jetzt werden wir weitergeleitet zur seite und sind direkt auf unserem server mehr ist das nicht falls jetzt aber die discord app direkt auf dem desktop installiert haben willst gehst du einfach auf discord gehst auf downloads gehst auf jetzt herunterladen und dann wird dir in einem download order diese extra angezeigt da gehst du einfach ausführen und lädst sie herunter das erledigt sich schon von selber dann hast du die discord app installiert öffnest sie und findest hier unseren server wieder wo du in jedem sprachchettel und so join kannst ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen und hoffe wir sehen uns freitag tschüss